Warnung, die von uns gezeichneten Video- und Audioaufnahmen könnten auf brennige Zuschauer verstören hier. Da sind irgendwelche draußen, die haben uns entdeckt. Mein Gott, er hat es wirklich in den Wut genommen und kaut. Oh Gott, oh. Sind hier noch Seelen an diesem Ohr? Oh, Grüße gehen raus. Oh, Grüße gehen raus. Oh, hier ist Horrorlust Places. Wir sind an der nächsten Location angekommen. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, weil ich sehen will. Fuck, ich hasse Insekten. Wie weit, Frau Lauterbein? Oh, nicht. Ich hasse Insekten. Wir gehen am besten mal gucken. Leute, wo sind wir hier? Eine Millionen-Villa. Guck mal. Was steht denn hier noch? Nebel hinten. Boah, ey. Guck dir den hier an. Warte, ich mache mal Muterobe. Hingeht nicht mehr. Schade. Schade. Oh, Leute. Was wird ich von hier erwarten? Leute, was war das? Hat ihr das? Erstmal anfangen, dann warten. Was ist das hier? Was ist denn hier? Leute. Alter, die Hände. Oh, Alter. Manche Leute hatten einfach Geld. Ich bin zur Hose, ey. Boah, was ist das für ein Pool, ey. Hammer. Und was ist hier eine Figur? Ich muss da zu tönen, ey. Leute, da ist sogar noch ein Kamin im Schwimmbad. Was ist hier bloß passiert? Was ist denn hier noch? Ein Telefon steht hier. Vielleicht ruft noch einer an. Schlafzimmer. Hallo? Einer da? Falsch verbunden. Auf, zu, auf. Außenleuchtung. Was ist denn hier? Keri, guck mal. Was ist denn hier? Ein Sarg steht hier. Was? Ein Sarg. Was ist das? Ist das ein Sarg? Was ist das für ein Gerät hier? Mit Gasanschlüssen. Ich brauche nicht so ein Gas. Hier ist bestimmt ein Gasaustritt. Keine Flammen. Sonst explodieren wir gleich. Ich würde hier rauskommen. Das kriegt extra Gas. Das ist die Thermo und Wasser zu heißen. Wer hat hier den Gas aufgedreht? Da ist noch ein geheimer Garten. Wo geht's denn hier hinten? Düstere Gänge. Was ist denn hier? Ein geheimer Raum? Was ist denn hier passiert? Oh nein. Was ist denn hier in diesem Raum passiert? Ein alter Kupferschrank. Und ein Verbrimterungsofen. Ich weiß nicht, was hier war. Da geht's noch weiter. Ich traue mich da hinten nicht rein. Schnell raus hier. Was ist los? Was ist los? Da sind irgendwelche draußen. Die haben uns entdeckt. Wir müssen uns verstecken. Wo sind denn welche? Was ist denn hier? Ich muss nur den Hauptwerk machen. Leute, da sind die nicht allein. Ich weiß nicht, wer hier noch ist. Wir sind nicht allein. Ich hab schon Leute gesehen. Okay Leute, hier ist die Küche. Was ist das hier für eine Drogenbox, Junge? Hier ist noch ein Canon. Fotokopierer. Meinst du, was der Wert hat? Nichts. Mike, schau mal hier, die Drogenbar. Die Drogenbar ist eröffnet, Leute. Was die doch hier wohl alles gemützt haben. Besonders, wer hier schon alles gewütet hat. Was ist ein Boost? CB12. Ein japanisches Zeichen dahinter. Alter, was sind das denn für Ballermänner? Die bringen dich in die nächste Sphäre. Die sehen aus wie Spülmaschinen-Tops. Guck mal, Tim, einen Tops für den Kopf. Traust du dich, Mike? Sollen wir die Chips noch hiervon essen? Sollen wir eine Challenge machen? Leute, stimmt ab unter dem Video. Alter, 13.09.2017. Sollen wir die Challenge machen? Ja. Oh mein Gott, er hat es wirklich in den Wood genommen. Oh Gott, oh fuck. Leute, das ist das Grosigste, was ich hier aufgenommen habe. Der nächste Knabbermix. Der nächste Knabbermix. 8.05.2017. Hier, die Dinger. Das waren immer die leckeren. Oh nein, er nimmt noch einen in den Mund, Clary. Nimm doch super. Möchtest du auch diese Challenge machen hier? Danke. An den nächsten Knabbermix. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Komm, hör mal. Alles los, die sind echt noch gut. Hier ist das gute Goldrandgeschirr. Für Sonntags. Guck mal, hier sind diese Becher. Diese amerikanischen Becher, wo die immer Bier raus trinken. Wie kommen die da rein? Was haben wir denn hier noch leckeres? Ein Kühlschrank. Da sind nur Sachen drin. Guck mal, Crystal Messes hier. Da, Crystal. Leute, guck mal. Boah, jetzt haben wir die richtige Challenge. Apfelrotkohl im Lost Place. Wie lange ist der abgelaufen? 2016, das ist zu heiß. Aber hier sind auch Kochschöpfe. Guck mal hier, heiße Tasse. Die werden nie schlecht. Weißt du, wie heiß hier gerade ist? Alter, das ist voll heiß hier oben. Ich habe leider zu viele Sachen. Also unten müssen wir unten messen und oben messen. Das ist Wahnsinn. Mess mal hier oben. 30. Und erst mal unten. 19. Boah. Hammer. Das merkst du auch, wenn du hier hochkommst. Das merkst du direkt. Ein heiliges Buch liegt hier. Ein heiliges Buch liegt hier. Boah. Nee, ey. Hammer, ne? Hammer, ne? Eine Puppe. Und nein, hier liegen viele Puppen. Puppenbett. Boah. Das ist wie so eine Wand auf Schwaben. Guck mal, hier ist Marvin's Affe. Okay. Hier sind noch viele Spielsachen. Umhälzer aber wirklich nicht lange aus. Guck mal hier. Ja, hörst du mal. Hotel. Und diese Trommel, ne? Die fühlt mich auch schon wieder faszinierend. Dieser Mittelalterfest. Erinnerung. Boah, Lego. Original Legosteine. Solche Teile, ne? Wenn die bei Ebay suchst. Da sind doch noch Platten. Große Platten. Die haben einen Value. Das ist unglaublich. Schade. Boah, wenn hier mal hinkommt. Merkst du, dass ich hier unten bin? Ja. Das ist noch ein kleines Badezimmer. Alles Geschäftsunterlagen, Briefe. Hallo. Wir kommen im Video. Da ist der. Das ist noch ein Zimmer. Die Rätsel. Die Rätsel der flachen Erde. Das hört ja gar nicht mal auf hier. Das ist schon Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So kleine Zimmerchen. Das war echt bestimmt. Uhhh, grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Marvin. Noch ein Zimmer. Mein altes Bild liegt hier. oh guck mal hier alte Fotos gute 4711 steht hier noch klar alles was irgendwie geld bringen sonst ist ja keiner hier so aussicht genießen bestimmt nicht ein richtig dicker mercedes leute hier doch einer versucht das Tor aufzumachen oh Clary wolltest du dich mal reinsetzen wie viel hat der denn runter 150.000 lederausstattung automatik alleine das radio was da noch verbaut ist weißt du was das für einen wert hat das ist ein bäcker radio alter die sind die sind verdammt scheiße teuer automatik das daneben das sieht aus wie ein mikrofon oder was ja vielleicht war wenn du so eine behinderung hast also dann damit drehen alter ich meinst was der unter der haube hat warum hat denn hier schon einmal den deckel aufgemacht das ist doch scheinerei alter im eistreiten zustand guck mal da ist ja nicht mal die reifen sind ja noch mal nagelneuer kein rost nix da wollte ich mal reinsetzen oh leute wenn der mörder klingelt wir sind in frieden und respekt gekommen wir wollen nur ein paar fragen stellen was ist hier passiert in diesem haus flüchtig kannst du uns etwas sagen was hier passiert ist ganz schlimm ganz schlimme menschen schlimme menschen was haben diese schlimmen menschen denn gemacht hier ist die klarissa oh oh der ausschlag den siehst du jetzt nicht oh wow er bist du wer bist du ich bin der mike hinter der kammer hier ist der manfred ich bin der krisse ich bin der kữ kannst du uns auch deinen namen verraten jaja ausschlag auf im ee wf mann man sieht das Aufpassen? Was auf dem Foto? Das ist eine riesige Schulklasse. Ich tu die Sachen weg? Okay. Wenn du gerade hier bei uns bist, kannst du dieses Gerät einmal aufschlagen lassen. Bist du ein Mann oder eine Frau? Wenn du ein Mann bist, dann lass es bitte nochmal ausschlagen. Bist du ein Mann oder eine Frau? Wenn du ein Mann bist, dann lass es bitte nochmal ausschlagen. Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau ist ein Mann oder eine Frau? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Was ist hier los? Was geht denn hier los? Was willst du uns sagen? Willst du uns irgendwas Wichtiges sagen? Du kannst gerne mit uns reden und uns erzählen. Wichtiges? Mit einer Kamerad. Wow. Ausschlag. Der K2 war wirklich ein guter Kauf. 19 Jahre. Sind hier Menschen gestorben? Wir haben es. Wir haben es. Misshandelt? Hast du das auch misshandelt gehört? Ja. Ganz am Anfang hat er es auch einmal gesagt. Wohin ihr Menschen misshandelt? Wohin ihr Menschen misshandelt? Wir haben es. 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 die störberäuche das ist ja sonst auch nicht es ist irgendwas was wir uns noch mitteilen soll es ist eigentlich ein sehr schönes haus und mich würde echt interessieren was hier passiert ist was komisch ist auch das immer mit dem radio zusammenspielt und immer wenn im radio auch eine stimme kommt schlägt auch da halt emf aus komischerweise wenn euch das mal aufhört ja und das wir verabschieden uns in ehrfurcht und respekt wenn ihr uns noch etwas sagen wollt dann habt ihr jetzt die gelegenheit uns etwas mitzuteilen warum nicht sind wir noch sälen an diesem ort sind hier an diesem ort noch verstorbenen seelen sind wir uns sagen was euch hier an diesem ort hält was bindet euch an diesem ort könnt ihr vielleicht nicht ins licht gehen was ist ja super das hört gar nicht mehr auf krass licht schnell wenn wir ins licht gehen und so ja aber können wir jetzt wir können ja keine hilfe direkt anbieten helfen können wir euch nicht aber wir können uns auch nicht benutzen um ins licht zu finden wir werden voller frieden und respekt diesen ort verlassen danke für die hinweise die ihr uns schon gegeben habt dankeschön und wir können ja unsere zuschauer fragen sollen wir diesen ort nochmal besuchen gehen und mehr herausfinden das ist verrückt man das ist echt stark warum ist der akku schon wieder so schnell her oh gottes wind was ist hier bloß was zieht hier energie und wer ist hier gebunden an diesem ort finden wir es raus der snackgeist das ist hier bloß das ist hier bloß Untertitelung des ZDF, 2020